Hallo liebe Muzzis, hier ist der andere Muzzi und ich melde mich kurz mit einem Update zu meiner brandneuen Tour. Sie ist ja wirklich noch sehr sehr neu. Zwei Tryouts habe ich bis jetzt gemacht von Zero. Das erste ist schon gut gelaufen, das zweite ist schon sehr gut gelaufen, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin in meinem Fahrplan voraus und das hätte ich nicht gedacht. Und das freut mich wahnsinnig und darum habe ich noch weniger Schlechtes gewissen, das zu bewerben wie sonst schon. Darum möchte ich natürlich kurz erwähnen, dass die nächsten Shows anstehen. 5. Oktober nochmal ein Tryout in der Kleinbühne in Chur. 6. Oktober in der Kantine Bülach. Nach tolle Support Acts in Chur haben wir Rolf Schmid himself in Bülach, der Matteo Gutenrath. Den 18. Oktober bis und mit 21. Oktober spiele ich in Basel im Theater Foteu. 18. Oktober ist die Premiere. Dort hat es nur noch ganz wenige Tickets, für die anderen Shows noch ein bisschen mehr. Am 27. Oktober im LWB in Baden. Am 16. November im Kulturzentrum Hollenstein in Klarus. Am 25. November in der Kulturfabrik Koffmel in Solothurn. Am 29. November Parterre Luzern. Am 30. November Hidden Harlequin Jazz Club in Zug. Am 2. Dezember im Theater am Käfigturm in Bern. Am 7. Dezember im Kiff in Arau. Und dann nächstes Jahr für den ersten Teil der Tour haben wir noch 8. Februar in der Obermühle Döbendorf. 28. Februar in der Grabenhalle St. Gallen. 5. März Bernhard Theater Zürich. 8. März Marabou Gelterkinder. Und 21. März Kulturzentrum Braui in Hofteren. Tolle Support Acts habe ich schon gesagt. Rolf Schmid ist eine einmalige Geschichte in Chur. Matteo ist immer wieder dabei. Und auch andere tolle Comedians. Leila Ladari ist am Start. Benjamin Delay. Und Teddy Hall. Zum Teil allein, zum Teil sogar zu zweit. Mehr Infos gibt es auf meiner Webseite. www.joelvollmutzenbecher.ch Und dort kann man auch Tickets kaufen. Für ein paar Shows sind schon recht viele weg. Also macht das. Bevor es dann ausgekauft ist. Und ihr müsst mir irgendwie auf Social Media schreiben, was jetzt genau noch machbar ist. Weil wenn es weg ist, ist es weg. Also kommt vorbei. Ich freue mich. Und jetzt viel Spass mit der heutigen Folge. Peace. Ich finde es immer gut, wenn man mit einem Fellow-Podcaster redet. Wieso? Ja, weil die verstehen schon ein bisschen mehr. Ja, ja. Nicht so verfeuern und so. Genau. Was meinst du? Oder was meinst du genau? Ja, und auch irgendwie so ein bisschen. Es ist ja nicht so, dass man einen mega Aufbau hätte oder einen Plan, wo es hinführt. Aber es ist eigentlich auch einfach Moderatoren und so. Die wissen einfach, ach so, wir quatschen jetzt. Und die sitzen nicht einfach nur hier und sagen, mhm. Ja, eine gewisse Sendungsbereitschaft. Genau. Weil ich hatte dann ja auch so oft so Gäste in Talks, weißt du? Ja. Wo du dann irgendwie sagst, wie bist du darauf gekommen? Ja, mir hat das gefallen. Ja, genau. Ich hatte früher eine Radiosendung, da war so interaktiv mit HörerInnen, die dann anrufen müssen und Quiz-Shows. Du genders vorbildlich. Nicht schlecht, ne? Ich bin auch ein bisschen erregt jetzt. Ich finde es sehr gut, dass gegendert wird. Denkst du, wenn ich das mache, denkst du an den Stern oder an den Doppelpunkt? Ich denke einfach an Titten hauptsächlich. Das ist mir relativ wichtig. Also an den Doppelpunkt. Ich bin voll für gendern. Ja. Ich bin für gendern. Sind wir schon drauf? Ja. Ah, wir laufen schon. Okay. Na gut. Du kannst sagen, wo wir einsteigen. Ja, wir steigen ein einfach, oder? Das ist ja auch so. Ich finde ja auch, es hat sich durch die Podcasts auch so verändert, so dieses klassische Mediendenken mit Anmoderation und Überleitungen. Hallo. Ist einfach durch, oder? Herzlich willkommen. Ja, genau. Zum Feelgood-Podcast. Heute ein Gast. Ja. Er ist auf vielen Bühnen schon aufgetreten. Maxi Gschettenbauer. Und nun Tina Törner. Ja. Ja. Da wollen wir gleich drüber reden. Immer so dieses Abgeben. Immer wenn es interessant wird. Ja, und die Leiche habe ich dann im Kofferraum. Ja, ja, ja. Kurzer Moment. Da kommen wir gleich drauf zurück. Zuerst noch Talking Heads. Ja. Ich glaube, deswegen ist auch Mainstream Entertainment so schwer geworden, weil das Format, also die Struktur wichtiger geworden ist als der Inhalt. Ja. Also es ist wichtiger, alle Regeln einzuhalten beim Fernsehen, als wirklich geiles Fernsehen zu machen. Ja klar, fünf Werbeblöcke, die müssen sein. Und wenn man schon bei sieben Minuten ist statt sechs, dann muss der Werbeblock kommen. Ja, ja. Auch wenn du gerade die Leiche zum ersten Mal erwähnst. Vor allem, wenn du das kennst, also wenn du irgendwie sagst, du trittst irgendwo im Fernsehen auf und die sagen, du hast fünf Minuten, aber du hast ein Bit, was du da unbedingt reinbringen willst. Aber es hat genau diese blöde Länge, wo du einfach einen Tacken zu lang bist und du weißt so, ah, ich brauche aber dieses Bit, um mich irgendwie zu etablieren bei den Leuten, dass sie mich verstehen. Und dann bist du halt so bei sechs, sechs dreißig und du musst immer deine besten Sachen kaputt machen. Ja. Sonst machen sie es. Ja, genau. Diese rund gespielten Sachen musst du dann immer eingreifen und verkürzen und so. Und dann gehst du da raus und dann stehst du da und sagst, ich weiß aber wie es geiler wäre. Ja. Ich weiß aber wie es geiler wäre. Ja. Ich habe da mal von Josef Hader habe ich da ein bisschen was gelernt, weil ich habe gesehen, wie er bei verschiedenen Fernsehauftritten die gleichen Jokes in komplett neue Geschichten verpackt. Oh. Und da habe ich gedacht, ah, das ist eigentlich noch ein guter Weg. Du gibst dir einen neuen Rahmen und dann sagst du aber den One-Liner, den kann ich ja da auch reinpacken und dann kann ich das hier reintun. Also er macht so wie Remixes. Ah, okay. Okay. Und das hat mir geholfen, weil eben so Fernsehsets denke ich immer, ja eben entweder die Nummer, geht nicht. Genau. Und dann würfelst du zusammen, aber zusammenwürfeln ist auch kacke. Immer. Weil dann ist so, vier sieben Themen in zwei Minuten. Achtung. Das heißt, Josef Hader ist quasi sowieso der Timberland der Comedy-Szene. Der Remix seine Tracks bringt ihn nochmal neu raus. Richtig. Das ist voll geil. Hast du Hader mal live gesehen? Leider noch nie. Ich habe ihn einmal live gesehen. Ja. Alter, das ist echt nochmal eine andere Nummer. Ja. Ich bin ja Stand-Up-Nazi. Ich liebe ja Stand-Up. Same. Ist ja Stand-Up für mich Crown Jewel. Mhm. Und wenn ich mir dann so Leute wie Hader angucke, ich brauche dann echt immer eine Zeit, bis ich mich da so reinweibe. Aber man hört halt immer so, Hader ist genial, Hader ist genial. Und wenn man dann da so drin ist und denkt sich so, naja, springt jetzt gerade noch nicht so über der Funke. Dann schäme ich mich so, weil ich mir denke, ich bin so ein Banause, weil ich es nicht checke. Ähm, aber ich habe lange gebraucht, bis ich Hader wirklich so feiern kann, so. Aber kam soweit? Ja, weil ich halt mich dann auch ein bisschen aufmachen musste, so, ja gut, man kann auch Schauspiel verbinden und so. Also man muss halt auch mal sehen, ich glaube, so Leute wie Hader oder wenn man bei den Österreichern ist, so, äh, die haben halt einfach ganz anders angefangen als jetzt so Stand-Up-Comedians, die in den letzten zehn Jahren angefangen haben. Und ich habe ja trotzdem die Theorie, dass es auch Stand-Up ist. Sag das bitte nochmal laut in Wien am Stadtplatz im OM. Ist mir völlig bewusst, ist mir völlig bewusst. Ich lade dich ein, wir gehen zum Deutschen Kleinkunstpreis, ja, und dann, wenn da das Lebenswerk, ja, ich werde mich einsetzen, dass du das Lebenswerk, die Laudatio für das Lebenswerk halten darfst. Und dann steht da, keine Ahnung, Schmickler oder was für ein Kabarett-Titan, ja. Und dann sagst du, ja, ja, das und das geleistet, aber ganz ehrlich, ich persönlich glaube schon, dass es Stand-Up ist. Ja. Und dann guckt man zu. Und da stehe ich dazu. Da kannst du sehen, wie alle im Saal aufstehen und wahrscheinlich direkt auf die Sitze scheißen, weil sie sich nicht mehr kontrollieren können. Aber nein, die Kabarettisten. Nee, nee. Nee, alle anderen. Nee, nee. Aber du hast gerade gesagt, du hast die Theorie, dass es doch Stand-Up ist. Ja. Wie kommst du dazu? Ähm, weil, nehmen wir mal Carlin. George Carlin. Ja. Ja. George Carlin ist eine absolute Stand-Up-Ikone. Ja. Ja. Und was er gemacht hat, ist sehr, sehr vergleichbar mit dem, was wir hier Kabarett nennen. Total. Ja. Weil es war auch ja, es war eigentlich jedes Wort war dreimal durchgeschrieben und nochmal überlegt und es war ja viel Rhythmus, waren fast schon Songs zum Teil, die einfach performt hat, ne. Alles auf Rhythmus und eben viel Polit-Satire drin. und wir haben da einfach eben geografisch gesehen, haben wir halt andere Begriffe für Menschen, die auf einer Bühne etwas erzählen. Ja, total. Also. Und bei uns wird das ja auch eben sehr, sehr, sehr klar. Ja, ja. So faschomäßig wird das so unterschieden. Es ist auch lächerlich. Ja. Es ist wirklich lächerlich. Also ich meine zum Beispiel Volker Pispas. Ja. Sagt ja Volker Pispas. Ja klar. Ist ja, äh. Lieb ich. Ist ja wirklich, ähm. Was ich, was ich in der Bewertung. Geile Stand-Up-Comedy. Voll! Was ich so interessant finde in der Bewertung von Kabarett, ja. Wenn Kabarett lustig ist, sagt das Publikum, oh das war so inhaltlich und so klug und so intelligent. Wenn Stand-Up-Comedy lustig ist, dann so, öh. Ja. Ja. Also das ist so. Und noch schlimmer. Sorry. Weil, ich finde ja, Volker Pispas war ja nicht so erfolgreich, weil er, äh, gegen die Amerikaner oder diese ganze Terror-Geschichte, die Amerika weltweit angerichtet hat mit dem Imperialismus und, äh, mit dem ganzen Zeug. Der hat ja da sechs Videos. Der hat ja ganze Programme drüber gemacht, wie Amerika politisch sich in andere Länder da irgendwie Governments aufgebaut hat und geputscht hat und so weiter. Der hat das ja alles erklärt. Und in Deutschland finde ich das so interessant, es wird dann gesagt so, ja, weil das so informativ ist und so spannend. hat er gesagt, nein, it's fucking funny. Ja. Er macht es sehr lustig, sehr unterhaltsam und man hat einfach dieses Vertrauen, dass irgendwann wieder eine Punchline kommt. Mhm. Und ich glaube, deswegen war Pispas einfach lange Zeit mit einer der erfolgreichsten Kabarettisten. und deswegen glaube ich auch, warum Dieter nur so fucking erfolgreich ist. Mhm. Weil die halt funny sind. Die haben nicht unbedingt die Haltung, die ich habe. Ja, ja. Aber die sind funny, ja. Die sind einfach lustiger als andere. So. Und deswegen, und das wird in der, in der, in der Betrachtung überhaupt nicht gesehen. Da wird einfach gesagt, da wird dann immer so aufs Inhaltliche geguckt und so. Ja, ja, warum? Es ist, it's a joke. Ja. Das ist konstruiert, das ist gemacht, das ist performt und deswegen bin ich da immer total, ich finde das so faszinierend, diese Trennung, ja. Das heißt, wir bedienen uns alle aus dem gleichen Werkzeugkasten, aber wir labeln es danach anders. Genau. Und es wird völlig anders bewertet. Völlig anders. Und noch schlimmer ist eben zum Beispiel, wenn dann in Stand-up auch mal eine Meinung oder Haltung reinkommt, dann ist so ein bisschen, nee, aber warum dann, warum denn jetzt das so? Ja. Weißt du? Und es ist eigentlich wirklich nur eben aufgrund der Basisdefinition von was es sein sollte. Genau. Ich glaube ja, Kabarett kann so froh sein, dass es Comedy gibt, weil dann hat das Kabarett was, von der sie sich abgrenzen kann. Ja. Weil sonst, also es gibt ja wirklich Kollegen, ich will jetzt keine Namen sagen, aber die fänden das, die empfinden das als Beleidigung, wenn man sagt, die machen Comedy. Ja. Also ich hab jetzt, ich hab jetzt das Dreisat Festival hab ich gespielt, da hab ich die, also Dreisat Festival wird jedes Jahr gemacht, der Sender Dreisat ist ein Kultursender. Mhm. 45 Minuten lang. Ja. Hast du das schon mal gemacht? Nee, das ist das erste Mal. Okay. Und ich hab halt die Eröffnung gespielt und am selben Abend war halt ein anderer, sehr renommierter, sehr bekannter Kabarettist. Und er sieht sich auch als Kabarettist, ja. Ja. Und er hat auch verschiedene Elemente auf der Bühne, er macht mit, mit, mit Klavier, macht er Musik und so. Und wirklich, wenn man sich darauf einstellen kann, wirklich gutes Zeug. So echt nice. So. Aber auch der auf der Bühne sagt dann so, ach Gott, das war jetzt ein bisschen zu lustig, ich will ja kein blöder Comedian sein. Nachdem ich auf der Bühne war nach ihm, weißt du? Ja. Und das ist so, das Kabarett lebt so sehr von der Abwertung gegen Entertainment, ja. Es ist so krass. Sonst, du, es ist wirklich, für mich ist das der Inbegriff so von Oberschicht und Unterschicht. Absolut. So ein bisschen. Wie heißt es auch? E und U. E und U. Total. Das ist der Inbegriff so, ja, wir sind halt schlauer und wir machen halt auch bessere Sachen und wir sind halt vernünftiger und so. Jeder kleine Piss-Kabarettist, weißt du, der irgendwo in der Provinz 30 Leute zieht, kann sich einen drauf runterholen, dass er Kabarett macht, weißt du? Ja, ja. Ich habe mal mit einem Kabarettisten, ja, ist auch ganz wichtig, habe ich mal telefonieren müssen. Ja, sorry. Aus irgendeinem Grund. Und der sagte mir dann, ja, weißt du, du bist ja schon mehr so in dieser Promi-Schiene. Ach, der soll die Fresse halten. Ich will ihm jetzt schon die Faust durch den Hörer und ihm so den Adamsapfel wegdrücken, ey. Oh, Scheiß. Und dann sagt er, und ich, ich bin halt mehr so, ich will mehr so Kult sein. Du willst mehr Kult sein? Hat er gesagt. Hat er gesagt. Ja, ich denke, ja gut, also, ist ja am Schluss. Nenn so die Folge. Ja. Wir wollen Kult sein. Wir wollen Kult sein. Alter, was für eine Scheiße, ey. Der kultige Kabarettist. Der kultige Kabarettist. Kein Mensch, kein einziger Star, kein einziger Artist, wer auch immer, der wirklich Kult ist, hat jemals selber gesagt, ich will Kult werden. Absolut. Niemand. Ja. Sobald man irgendwie eine Bewertung vom Publikum anstrebt, wie man gesehen werden möchte, ist man verloren. Ja. Man ist verloren, weil das Publikum wird sich immer eine eigene Meinung bilden. Immer. So, man kann sein Image nicht kontrollieren. Man geht hoch und man wird einfach als das gesehen, als das, was man gesehen wird. So, Punkt. Ja. Und deswegen, wenn da so Leute versuchen, durch ihre Kunst, die Meinung des Publikums, ich will, dass ihr mich so seht, ich will, dass ihr nicht das über mich denkt. Es wird immer eine belanglose Wichsscheiße. Echt, ich will's dann nicht hören, ja. Ich will die echten Abgründe, die will ich. Ja, das interessiert mich. Und das eben, das geht ja eigentlich in allen Bereichen, sofern man's mit Liebe macht. Aber es ist schlussendlich das. Also denke ich mir immer. Und deshalb, alles ist Stand-Up-Comedy. Ja. So, um den Kreis zu schließen. Wobei, das ist ja auch schon wieder überholt, weil eigentlich ist ja alles Content. Ja, genau. Mittlerweile ist eigentlich alles Content. Genau. Das ist ja so schlimm. Meine Frau ist ja auch meine Social-Media-Managerin mittlerweile. Ja. Ja. Weil meine Frau konsumiert diese ganze Reels-Scheiße und leitet mir immer Reels weiter. So, von allen Themen und so. Und ich muss mir das dann halt immer angucken. Und meine Frau sagt dann immer so, oh Schatz, du hast wieder eine Story gemacht. Du hast den Reaction-Button vergessen. Du musst den Reaction-Button einbauen. Das sagt meine Frau wirklich. Das drive das Engagement. Oh. Da ist aber der Business-Talk richtig auf Feier. Und ich mache das halt jetzt auch. Ja. Ich höre auf meine Frau. Meine Frau sagt, Schatz, mach Instagram. Und ich mache jetzt wirklich seit einem Monat jeden Tag poste ich ein Reel. Und ich bin jetzt kurz vor 100k. Sehr gut. Kurz davor, ja. Sehr gut. Und das ist so, I don't know, alles ist Content, habe ich den Eindruck. Ja, und man muss sich ja auch mit diesem Content irgendwie, wie will ich sagen, ein bisschen anfreunden, sage ich jetzt mal. Ja. Und auch mit dem eigenen Material. Weil ich verballere jetzt auch eigentlich alles, was ich jemals irgendwo auf einer Bühne gesagt habe. Ja. Weil jetzt kommt sowieso das neue Solo. Und alles davor, denke ich, ja, das kann jetzt wegfliegen. Ja. Und das geht jetzt da raus. Und das muss nicht nur Crowdwork sein, das kann ja auch mal wirklich ein kleines Bit sein. Es kann ja wirklich was mit Länge sein. Ja. Es kann ja durchaus mal vorkommen, dass man ja was, dass man zusammenhängende Sätze so belässt, wie sie sind. Ja. Und nicht einfach reinkattet wie ein Geisteskranker. Ja, ja, ja. Das ist echt so, was wir wirklich verloren haben. Ich habe immer davon, mein Endgoal in diesem ganzen Quatsch, ja. Mein Traum war einfach, dass ich irgendwann mit 60, mit 65 in meinen Schrank gucke und da sind einfach so 15 Stand-Up-Solos oder 10 Stück oder 9 Stück oder je nachdem. Mhm. Als DVD oder als irgendwas, was man als Hologramme irgendwann geben wird, dass die einfach nebeneinander da sind und sagt so, das ist mein Body of Work. Mhm. Das ist mein Beitrag zu diesem Comedy-Wahnsinn. So, das habe ich gemacht. Nur so konsumiert niemand mehr Comedy, habe ich den Eindruck. Ich glaube, niemand wird sich jemals wieder ein Album kaufen. Ich glaube, niemand wird sich jemals eine DVD wieder kaufen für ein Comedy-Programm. Ja, ja, ja. Sondern es ist alles nur noch, ey, hast du das Programm von Tom Segura gesehen? Ich auch nicht. Ich habe nur die 5 Minuten auf YouTube gesehen und von diesen 5 Minuten habe ich nur 30 Sekunden wirklich zugehört. Und an diesen 30 Sekunden habe ich für mich entschieden, dass es scheiße ist. Und trotzdem glaube ich, dass halt durch dieses ganze Content geballere, die Live-Show nicht darunter leidet. Wie meinst du? Ich meine, dass dann Menschen tatsächlich noch begreifen, ah, hier in diesem Raum, das ist etwas Spezielles. Das ist nicht ersetzbar. Das ist jetzt gerade einzigartig. Und das ist auch mit Musik so. Immer noch. Ein Konzert hat eine andere Wucht. Und dieses Gefühl von, da sind andere Menschen, die hören dasselbe und es gibt so ein gemeinsames Gefühl. Ich glaube, das ist nur stärker geworden. Ich fand ja auch so geil, als das mit Corona noch so auf dem Peak war und man einfach nicht spielen konnte. Wie dann alle gelabert haben, so, oh, Live-Entertainment ist vorbei. Das kommt nie wieder. Wo ich mir denke, was hast du? Alter, guck dir doch. Alter, so, du kannst. Nehmen wir mal an, das mit dem Klimawandel geht voll in die Hose. Ja. Und wir haben nicht 1,5, 2, 2,5. Wir haben einfach plus 9 Grad. Und innerhalb von zwei Jahren verwandelt sich Europa in eine Wüste. Alle Menschen hungern und verdursten. Wenn irgendeiner auch nur flüstert, dass das Oktoberfest trotzdem stattfindet, dann ist die Hütte voll. Ja, klar. Also, die Katastrophen können nicht groß genug sein. Menschen wollen zusammen eine gute Zeit haben. Bin ich überzeugt davon. Und das ist so das Einzige, was mir noch so Hoffnung gibt in diesem ganzen KI-Bullshit, der da jetzt kommt und so. Dass man sagt so, ich glaube, das kann KI nicht ersetzen. Nee, auf keinen Fall. Weil KI nimmt ja immer den größten Durchschnitt davon. Das heißt, KI kann das ersetzen, was jetzt Mittelmaß ist. Die haben ja dann immer so, also das ist ja gerade so in der Grafik, für Grafiker ist es ja gerade auch eine Scheißzeit. Weil KI geht einfach ins Netz und sucht aus diesem Wust an Bildern und generiert dann da irgendwie die Sachen, die du da rein promptest. Ja. Und deswegen, hast du auch schon mal eine Stand-Up-Nummer von ChatGPT schreiben lassen? Ja, klar. Und? Ja, funktioniert Bombe. Ah, okay. Das ist die Hälfte von meinem neuen Solo. Nee, ich wollte einfach mal gucken, was da passiert. Und ich habe gemerkt, das ist zum Beispiel für so Pressetexte und so. Da ist es nicht schlecht und lustigerweise sehe ich jetzt auch immer so, zum Beispiel, als ich einen Pressetext für mich mal schreiben habe lassen von ChatGPT, hat er sich tatsächlich schon Infos über mich aus dem Netz geholt und hat den Schlusssatz, den ich in meinem, ich glaube, vorletzten Pressetext hatte, hat er auch reingetan. So, er hat dann irgendwie eben so ein bisschen alles sich zusammengesucht, aber ich denke mir immer, die Einzigartigkeit von jedem einzelnen Hirn, dass ja auch wir so oft irgendjemand auf der Bühne sehen mit irgendeiner Beobachtung und keine Ahnung, hunderte von Comedians sagen, scheiße, das liegt ja auf der Hand. Warum, warum habe ich das nie gesehen? Das kann ChatGPT niemals. Ja, die Frage ist halt dann so, wird es noch verlangt? Also, sondern wir sind ja gerade in der Zeit, wie gesagt, everything is Content und du musst alles, einfach alles in Content machen, ja. Es muss alles irgendwie in Shortform Video sein, so. Und das sorgt natürlich dafür, dass das so einfach nur noch ein Gebrauchsgegenstand wird, ne. Also, ist der Anspruch an unsere Arbeit vom Publikum wirklich so hoch, dass es immer eine originelle Beobachtung sein muss? Weil ich habe den Eindruck, es reicht schon ganz oft, wenn Leute sagen, ja, ja, kenne ich. Genauso in meinem Leben ist das ja auch so. Das ist ja geil. Ich brauche überhaupt gar keine Abstraktionsebene. Ich muss nur noch Sachen hören, die ich eh schon kenne. Ja, ich glaube, das reicht denen, um einmal die Show zu schauen. Ja. Die kommen aber nicht mehr wieder. Und ich glaube, die geile Beobachtung und die Einzigartigkeit, die bringt die Leute dann dazu, zu sagen, ich gehe mir das nochmal angucken. Also, das neue Programm dann. Ja. Ja. Maybe. I don't know. Nein, das ist mein naiber Optimismus in dem Ganzen. Keine Ahnung. Aber ich habe dich wegen Content das erste Mal gesehen. Das war noch Facebook. Facebook? Ja. Ja, oh, oh. Mit Kabarett-Legende. Ach, wo ich mit Schmickler auf der Bühne da war. Genau. Ja, okay. Ja. Das war auch so. Ich hatte da ein paar gute Momente, habe das dann einfach in Facebook-Clips gemacht. Und Millionen haben das gesehen. Ja. Das ist unfassbar. Eben, und dann kommen ja wirklich auch Menschen, die Show schauen. Also, es bringt ja schon was. Und ich glaube, man darf das eben, man muss sich damit anfreunden. Man darf das nicht zu... Ja, man muss einen Weg finden. Genau. Man muss irgendwie einen Weg finden. Also, diese Vorbehalte, die man da immer hat, so dieses, ah, ich habe da auch lange mit mir gerungen, wie weit ich das mache. Aber ich glaube, die Zeiten sind einfach so, dass man, also ich war auch immer so ein Bitch-Lifer. Ich war auch immer einer so, der sagt so, ah, ein Bit muss perfekt sein und alles so. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, irgendwann war doch für mich so ein Punkt so, okay, wem willst du das jetzt eigentlich noch... Also, für wen muss es denn perfekt sein? Und so. Und ich habe halt einfach mal gemerkt, ich habe immer so viel Zeit in Bits und so gesteckt, wo ich einfach gemerkt habe, so, okay, so wirklich den, die, diese, diese, diesen krassen Sprung nach vorne gab es dann irgendwann nicht mehr. Ja. Und so, wo ich merke, jetzt wird es von 90% funny auf 120% funny und so. Und ich habe dann einfach gesagt, okay, wenn ich einfach das Gefühl habe, ein Bit ist auf einem Level, wo es gut ist, gehe ich einfach direkt zum nächsten. Oder ich arbeite an drei, vier Bits gleichzeitig und gucke immer, wo, wo ich gerade was einbringen kann oder so. Ähm, und dann habe ich halt gesehen, also das war so, da war ich in diesem Bit-Modus immer, ja. Und dann habe ich halt gesehen, wie alle Crowdwork-Videos gemacht haben, ja. Also, Ozan macht ja ein Crowdwork-Video nach dem anderen, Alain macht viel, so. Und wo ich mir dann dachte so, okay, ist es das jetzt, was wir machen? Also sind wir jetzt einfach nur noch, sind wir jetzt nur noch YouTube-Kommentarspalten auf zwei Beinen, wo einfach jeder aus dem Publikum einfach reinrufen kann, was er sagt und wir reagieren da drauf. Und vor allem, es gibt so beschissene Crowdwork-Videos, dass ich kotzen könnte. Es gibt so beschissene Crowdworker, die richtig Views kriegen. Ja, vor allem oft, wenn dann irgendwie das einzig Lustige eigentlich die Antwort aus dem Publikum ist, ne. Ja, das ist für mich Betrug. Was machst du beruflich? Ja, ich bin, keine Ahnung, ich bin Totengräber. Das würde ich ja nicht lernen. Hahaha, 18.000 Likes. Ja, fickt euch Leute, was soll der Scheiß jetzt, ey. Und ich glaube einfach, die Leute kriegen den Hals nicht voll. Ich glaube, Leute sind so gelangweilt von ihrer Existenz, dass sie da ständig an dem Handy hocken und es ist ihnen fast scheißegal, was du erzählst. Hauptsache, du erzählst es. Hauptsache, sie sehen dich. Ich glaube wirklich, gesehen werden ist wichtiger als gut sein. Aber lustigerweise sehe ich dann so, also zum Beispiel auch in den USA, wenn jetzt einer ein Crowdwork-Video hat, das so richtig steil gegangen ist. Das ist meistens so ein Einzelfall. Total. Und für die Tour hat es nicht wirklich einen Unterschied gemacht. Das ist es. Also es ist wirklich so, es hat dann doch schon auf lange Sicht, hat es dann schon damit zu tun, so, weil das Ding, das Harte an Stand-Up ist, du hast abgerissen. Erstmal, es dauert lange, bis man abreißen kann. Ja. So, da muss man auch noch ein bisschen Glück mit dem Publikum haben und Umstände und so. Aber dann hat man abgerissen und das ist das Gnadenlose, du musst dann nochmal abreißen. Mit neuem Zeug, mit neuem Material, was keiner kennt. Ja. Und es soll bitte genauso gut sein, wie das Alte. Ja, oder noch besser. Und noch besser. Also ich finde diese Pressure, die man da einfach immer hat als Comedian, weil als Kabarettist kannst du einfach hingehen und einfach irgendwie was nacherzählen und es müssen gar keine Lacher da sein, weil, hm, das ist ja Kabarett und so. Wo ich mir denke, ihr seid alle so viel schlechter, ihr seid so viel schlechter, aber ihr holt euch einen runter drauf. Ja, es ist so zum Kotzen. Wie ist die alte Weisheit? Der Comedian macht's wegen dem Geld und der Kabarettist wegen des Geldes. Wo ich mir denke, ah ja, hier, ja, ja, genau, weißt du. Ja, aber kennst du Matt Rive? Ey, der ist mega. Der ist richtig gut. Und das ist ja so ein Paradebeispiel, weil der ist wahrscheinlich jetzt gerade in den USA einer, wenn nicht sogar der Erfolgreichste und der macht ja eigentlich nur noch Crowdwork. Ey. Der hat aber 10, 12, keine Ahnung wie viele Jahre davor hat er sich abgerackert und macht jetzt eigentlich diese Special Crowdwork Shows. Und sagt auch, ey, bei mir sind hauptsächlich jetzt Teenager und bis 25-jährige Frauen. Da bin ich aber dann auch so, egal, jeder will einfach nur irgendwie ein Publikum haben, vor dem er spielen kann und will einfach nur irgendwie auf Tour gehen, in welcher Form auch immer. Und ich bin da mittlerweile so, egal was dir das ermöglicht, solange du einigermaßen cool damit bist, let's do it. Ja, also, ich meine, er hat da irgendwie so ein Crowdwork-Video hochgeladen und dann hat das einfach so und dann hat das über Nacht vier Millionen Aufrufe gehabt. Und hey, das ist halt einfach mal dieser legendäre Blitzschlag, von dem wir einfach alle so insgeheim träumen. Und dann denke ich mir so, ey, wenn das jetzt einfach, wenn da die Tür aufgeht, dann marschier bitte durch und nimm alles mit, was geht. Ja. Also, ich bin da, ich sag da, go for it, sofort. Also, sobald irgendwie, auch wenn jemand irgendwie, weil du musst für den Mainstream-Success irgendwie so eine, so eine, ich möchte jetzt mal vorsichtig, Einfachheit haben. Du musst so eine Sache haben, wo einfach jeder sagen kann, ah geil, das teile ich, ah, das finde ich cool. So, ja, und das sind ganz oft so Sachen, wo wir Künstler untereinander sagen, wenn so, ja gut, das ist ein bisschen lame, so ein bisschen billig. Ja, ist ganz oft so. Genau, aber scheißegal. Aber das ist unser Ego. Ey, der Job ist hart genug, ja, also deswegen, wenn einer durch irgendwas, zum Beispiel Bodo Wartke, sagt dir das was, kennst du den? Der hat jetzt so einen Zungenbrecher, macht der jetzt, so einen Dachdecker, der sagt so ganz komplizierte Wörter mit Dachdecker. Geht komplett durch die Decke, komplett gucken, 15 Millionen Leute auf TikTok, ein riesen viraler Hit, so. Bodo hat auch super tiefgründige, traurige Lieder, ja, die einfach mal zeigen, was für ein vielschichtiger Künstler er ist, ne. Aber es ist nun mal der Dachdecker-Zungenbrecher, der halt einfach steil geht. Ja, ja, logisch. Und dann sag ich, ey, geil, geil, find ich super, let's do it, mach mal den Dachdecker, scheißegal, ja. Wenn das der Schlüssel ist, let's fucking do it. Also ich bin da mittlerweile echt so, man sollte sich nicht lange bitten lassen, wenn man so einen Durchzug hat, ja, wenn man einfach so einen Durchmarsch machen kann. Das denke ich auch, das denke ich auch. Ja. Eben, außer man will es spezifisch nicht, aber dann soll man es wirklich auch sein lassen. Respektiere ich auch, ja. Aber wenn einer irgendwie Stand-up macht oder Comedy, wer in diesem Business so unterwegs ist, mir ist es mittlerweile fast scheißegal, was Leute über dich sagen, wie dein Ruf ist, was die Allgemeinheit denkt. Und so, es interessiert mich nicht, wenn jemand die Eier hat, auf die Bühne zu gehen und Leute zum Lachen zu bringen, dann respektiere ich das aus. Ja. Ja, weil ich weiß, wie schwer das ist. Ja, ja, ja. Und deswegen, ob jetzt da einer Gedichte vorlesen will oder jonglieren oder so, wenn es die Leute abholt, I don't care. Ja. Ja. Außer du bist ein Kabarettist. Ist ja eigentlich auch Stand-up-Comedy. Alter, wir sind ziemlich smooth in die Folge reingerutscht, habe ich den Eindruck. Finde ich auch, finde ich auch. Eine gute halbe Stunde haben wir damit schon verballert. Gab es bei dir so einen Blitz-Moment, was du vorhin gesagt hast, wie eben zum Beispiel bei Matt Reif, dieses eine Video, der Blitzeinschlag? Hattest du mal das Gefühl? Nee. Ich habe nie das Gefühl, dass es bei mir vorwärts geht. Es ist bei mir so immer gewesen, so, man macht, man macht, man macht und auf einmal stellt man fest, man ist auf einem anderen Level. So, man stellt auf einmal fest, oh krass, ich spiele nicht mehr vor 80, sondern es kommen einfach jetzt immer, egal wo ich bin, 200. Das merkt man einfach. Oder, boah krass, letztes Jahr habe ich da noch vor 200 gespielt, jetzt auf einmal sind 600 Leute da. Oder, so, ich hatte nie diesen Medienhype oder ich hatte nie dieses, ich hatte bei Nightwash Bits, die durch die Decke gingen, die gut Klicks bekommen haben und so. Aber ich hatte nie dieses, was ja Chris hatte mit darf er das oder so. Sowas, sowas hatte ich nicht. Ich hatte immer so Sachen, die irgendwie was getroffen haben und die einfach dann viral gingen, aber nie, wo man sagt, boah, das eine Ding und mein Kornverkauf ging durch die Decke oder so. Es ist einfach, bei mir ist es einfach die Breite. Ich glaube einfach, die vielen Sachen, die ich mittlerweile schon gemacht habe und es gibt ja einfach viel zu viel Stand-up von mir. Es gibt viel zu viel von mir zu sehen, das ist so schlimm. Finde ich nicht. Wo man sagt, ja okay, du siehst dann eine Sache, dann guckst du dir das nächste an und ich glaube, so hat sich einfach über die Jahre eine Fanbase einfach jetzt entwickelt. So, aber diesen einen Moment, wo man sagt, nee, könnte ich nicht sagen. Und ich glaube, das ist ja der organischere Weg, wie man ihn immer nennt und ich glaube, es ist ja auch der nachhaltigere Weg. I don't know. Genau, also sagen wir es mal so, ich bin jetzt nicht darauf angewiesen, dass RTL mir eine Show gibt. Und ich bin jetzt auch nicht darauf angewiesen, dass irgendwie, dass ich jede Woche viral gehen muss, weil ich Influencer bin und ich durch meine Reichweite Geld verdiene. Ich bin halt einfach ein Touring-Artist. Ich bin einfach so ein Comedian, der tourt und damit sein Geld verdient. That's it. Ja und halt wirklich, 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 wirklich sehr, sehr guter. So und ich glaube, das hat ja auch eine Nachhaltigkeit. Da gibt es, ich sage mal so, da gehen die Meinungen auseinander. Ja, meine Meinung. Ja, ich bin, ich bin, ich bin, also wenn du, wenn du in, also zum Beispiel, wo ich wohne in Köln, ja, wenn ich da so mit Nachbarn frage, rede, die gucken sich mein Zeug an und die verstehen nicht, warum ich davon leben kann. Sehr lustig, weil der deutsche Mainstream-Comedian ist ein Depp in erster Linie. Der deutsche Mainstream-Comedian macht sich klein und macht sich ungefährlich und oder der Sonderling oder hat meistens so eine Macke, irgendwie einen Sprachfehler oder irgendwie sowas oder so, weil wir in Deutschland einfach eine andere Kultur haben. Das ist nicht so wie in Amerika, wo du im Anzug wie Jerry Seinfeld die Punchlines rausgehen kannst, weil die Leute immer denken so, warum ist der so arrogant und wie kann man so reden und so. Also Deutschland ist halt einfach bis ins letzte Mark uncool, ja, das muss man einfach wissen, so. Und sobald jemand einfach ein gewisses Auftreten hat und halt einfach auch die ganz viel Scheiße nicht mitmacht, ja, sagen sie so, oh, der denkt, der ist was Besseres oder so. Also das war schon immer, also immer, wenn ich irgendwie im Fernsehen aufgetreten bin oder so, da waren die Quote dann gut, aber die Rückmeldungen waren brutal. Leute, also die Abneigung, die mir manchmal entgegenschlägt, das ist immer noch kein Vergleich zu dem, was jetzt zum Beispiel Frauen sich anhören müssen, so, muss man immer noch unterscheiden. Aber ob ich ein guter Comedian bin, ich diskutiere das gar nicht mehr. I do my shit, ja, und deine Meinung ist deine Meinung. Da habe ich nichts mit zu tun. Ich liefere nur ab, ja. Ja, aber ich gucke mir das bei dir an, einerseits auf der Bühne und eben auch deine Einstellung dazu, die du ja auch, wie will ich sagen, mit der Zeit wahrscheinlich dir angeeignet hast. Und ich denke immer so, das ist so der Weg, da denke ich, da will ich noch hin, weil ich weiß noch, wie du mir mal gesagt hast, Alter, du musst nicht immer Ja sagen und alles machen. Stimmt. Wenn du dich nicht wohl dabei fühlst, dann kannst du auch mal sagen, nee. Und das habe ich von dir gelernt, weil ich dachte, man muss irgendwie, man will ja allen gefallen und ja klar, eine halbe Stunde reden nach der Show und nochmal ein Foto. Ich habe noch nie Nein gesagt zu einem Foto, aber irgendwann ist dann so, so jetzt ist auch gut. Ja, total. Ich bin dann nicht durch auf dieser unterbewussten Ebene, sage ich jetzt mal, weil wir gucken ja nicht nur mit den Augen, wir gucken ja mit allen Antennen, die wir zur Verfügung haben, so. Und wir spüren auf einer subtilen Ebene, wenn jemand nicht wirklich da ist, so. Und ich habe dann einfach so für mich gelernt, so, okay, ich weiß ganz genau, wenn ich zum Beispiel im Kabarett auftrete, Mitternachtsspitzen im WDR, die fragen mich, ob ich da auftrete und dann sage ich, müsst ihr wissen. Ja, müsst ihr wissen, weil ich mache halt Boomer-Trash-Talk, so. Und dann gehe ich da halt hoch und ich weiß ganz genau, im Saal kriege ich sehr gemischte Reaktionen, aber ich weiß, wenn das jemand sieht und das versteht, der feiert das, so. Ja. Und so muss man das immer sehen, man will nicht allen gefallen, sondern man sucht seine Leute, man sendet sein eigenes Signal, was nur die eigenen Leute verstehen. Ja. Und dann entwickelt sich da was mit der Zeit, so. Das ist jetzt alles sehr theoretisch, es ist eigentlich viel simpler, wie ich das jetzt gerade sage, aber, ja. Nee, bei sich selber sein. Ja. Ja. Und dann, ja. Dann verstehen das auch die Menschen. Ja, klar, aber ich bin oft in dem Denken drin, wo ich mir denke, so, weil, klar gucke ich mir dann auch an, wie jetzt Basti, Bielendorfer oder Özcan oder Faisal, die waren alle bei Let's Dance, ja, und haben danach einfach mega erfolgreiche Touren gespielt. Und dann, natürlich taucht mir der Gedanke auf, muss ich jetzt auch tanzen? Scheiße. Kann ich tanzen? Muss ich tanzen jetzt und so. Und dann habe ich auch zwei Tage im Film, wo ich wirklich ernsthaft überlege, gehe ich zu Let's Dance? Ja. Habe ich, habe passiert. Und dann, irgendwie so nach zwei, drei Tagen fange ich mich wieder und denke mir so, wenn du zu Let's Dance gehst, du wirst dich nicht mehr im Spiegel angucken können. Du wirst es nicht, du wirst es, du wirst es machen, du wirst dir Mühe geben, so, aber du, du, nein, so. Und dann ist es auch nicht für dich, ne? Und dann ist es erledigt, ja. Weil ich habe schon Sachen gemacht, da habe ich gedacht, ist mir egal, ob das jetzt für die Karriere hilft oder irgendwas. Ich habe einfach Bock, das zu machen. Ja, klar. So. Weil es ist ja das, was dich dabei bleiben lässt. Es ist ja nicht, weißt du, ich kenne ja viele depressive Künstler, die gute Zuschauerzahlen haben. Ja. Also, es sind ja nicht die Zuschauerzahlen, es ist ja auch nicht das Geld und es ist auch nicht die Anerkennung, die dich dabei bleiben lässt. Ja. Es ist ja das wieder, boah, das ist, ich habe jetzt einen neuen Pimmelwitz, ja. Und der killt richtig hart. Und ich weiß ganz genau, der findet es richtig geil und ich weiß, der in der zweiten Reihe wird es richtig scheiße finden. Und ich finde es so gut und ich freue mich so diebisch auf diesen dummen neuen Witz, den ich habe. Das ist es, ja. Also, ich wüsste nicht, worum es noch mehr geht. Und siehst du, als ich nur vor ein paar Monaten live gesehen habe, hat der so zwei Minuten Pimmelwitz. Ja. Schön in der Mitte. Geil. Und das hat auch mit Abstand die größten Lacher abgeholt. Am meisten gekillt. Ja, klar. Ja, ja. Und dann wieder, hmm, Achtung, dieses Thema. Und ich fand das so geil. Und deshalb sage ich, es ist Stand-up-Komödie. Ich finde, Dieter ist halt echt eine Anomalie, finde ich echt. War es denn gut? Ja. Ja, ne? Und ich war sehr, sehr froh, dass ich es live gesehen habe. Ja, ja. Weil es einfach einmal mehr beweist, wie fest Sachen aus dem Kontext gerissen werden können. Total. Wie so eine Grundmeinung entsteht, ohne dass man sich selber ein Bild gemacht hat. Genau. Und als ich dann live gesehen habe, habe ich auch, ich sage jetzt mal, den Charakter Dieter Nuhr mehr verstanden. Ist eigentlich ein... Total. ...desillusionierter alter Grüner. So. So. Das ist die Figur. Das ist... Das muss man wissen. Seine Figur, das ist seine Haltung. Und alles kommt aus dieser Motivation raus. Genau. Das ist ein komplett anderer Kontext, als der, der dann eben so über drei Ecken als Stimmen irgendwie an einen herangetragen werden. Ja. Ja, das ist aber schon so... Ja, ja. Also was ihm manchmal so zum Verhängnis wird, finde ich, ist so... Ich finde es auch geil, über Kollegen reden, die tausendmal erfolgreicher sind als man selber. Finde ich... Das mache ich am liebsten, weil ich weiß... Finde ich am besten. Genau. Weil ich weiß, da... Ja. Da kann nichts passieren. Ja. Also deswegen... Ich finde es auch geil, wenn Leute dann sagen, ach, das machst du nur, weil du neidisch bist oder, ach, du gönnst denen das nicht. Ich finde das geil. Wo ich mir denke so, ja, labt euch an mir. Arbeitet euch ab. Yes, ich lebe von dem Hass. Let's do it. Aber was ihm halt manchmal so zum Verhängnis wird, dass er natürlich so eine große Enttäuschung über die Grünen hat, wie viele Altgrüne, ja, dass dieser Zynismus einfach oft mit dem aufrichtigen Wunsch von uns und der Generation, die nahe uns kommt, dass sie einfach bitte noch einen Planeten hätten. Ja. Und da kollidiert das oft zusammen, wo man sagt so, boah, krass, der Dieter Nuhr, der ist der Comedian meiner Eltern, denen das scheißegal ist, dass unsere Welt hier vor die Hunde geht. Ja. So, das ist ein emotionales Thema und deswegen reibt das auch so. Und deswegen, ich glaube aber nicht, dass man auf dem Level, wie es Mario oder Dieter machen, dass du wirklich auf dem Level, also wirklich, wenn du einfach sagst, du bist jetzt seit 20 Jahren dabei und du ziehst immer, immer noch, zum Teil, 10.000 Leute. Das ist doch Wahnsinn, ja. Ich glaube, das geht nicht ohne Kontroverse. Ich glaube, du musst immer irgendwo streitbar sein. So. Glaube ich wirklich. Die Leute müssen sich immer irgendwie an dir abarbeiten, zumindest in Deutschland, weil die Deutschen können nicht einfach sagen so, oh, das war doch echt gut. Das können die nicht. Ja. Das ist die Schweiz ein bisschen anders. Ja, in Deutschland sagt man so, das war echt gut, aber und dann wird irgendwas nochmal dazu gedichtet, weil man halt noch sagen will, oh, man ist ja kritisch. Und nachdenklich und klug und so. Man will ja nicht einfach nur was gut finden und naiv und Fan sein, sondern man will ja auch noch so, man will noch so seinen eigenen Haken so. Nein, ich habe mir das überlegt und empfinde das nach meiner weitgehenden Analyse gut. Für gut befunden. Für gut befunden, genau. In der Schweiz ist das anders, sagst du. Schon ein bisschen, ja. Also einer, weil du vorhin Seinfeld gesagt hast, so der Seinfeld-Effekt ist bei uns zum Beispiel Claudio Zuccolini. Claudio Zuccolini, ja. Ja, kennst du den? Ja, 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 klar. Das ist so, hat einen Blazer oft an, oder? Ja, ja. Und ich kenne Claudio, der hat auch so ein bisschen weniger Haare. Ich gucke mir auch viele Sachen an, aber er redet halt alles Schweizerdeutsch. Ja, ja, und dann noch verschiedene Dialekte und so. Furchtbar, furchtbar. Aber bei ihm in der Show merke ich das immer. Das sind wirklich Menschen, die kommen und die wollen sich amüsieren. Ja. Und zwar mit ihm. Ja. Und dann gehen sie nach Hause und haben gesagt, das war super, das machen wir wieder. Super. Fertig. Fertig, genau. Und deshalb ist er einer der erfolgreichsten und auch einer der besten. Weil er ist wirklich für mich der Seinfeld der Schweiz, so, sag ich immer. Und das ist einfach geil. Ja, geil. Der war gestern auch bei den Swiss Comedy Awards, ist er als Erster aufgetreten. Ja. Und der hat eigentlich die Bude erst richtig warm gekriegt. Ja, 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 das ist oft so. Also das ist so, wenn ein kalter Saal zeigt oft die Qualitäten. Oh, jetzt werden die Qualitäten neu verteilt. Genau. Ja, ja, das ist so. Und dann kommt er, dann von so ein, keine Ahnung, sechs Minuten, hat er die erste Minute, hat er es ein bisschen warm gekriegt. Und dann war einfach dieses Rolling Laughter, das liebe ich ja. Ja, ne, einfach gar nicht warten, gar nicht mit dem Mikrofon ins Publikum zeigen. Nee, drüber. Jetzt müsst ihr lachen. Drüber. Sondern einfach. Einfach drüber. Genau. Einfach da, 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 da. Und einfach konstantes Lachen. Immer sagen so, ich mache meinen Job, ich weiß, wie das geht. Ja, einfach nur lachen, Luft holen. Genau die zwei Sachen gibt's. Thema erledigt, ja. Ich habe das oft das Gefühl, wenn ich bei Fernsehaufzeichnungen dann auch bin und ich merke, der Saal ist nicht ganz so auf dem Level, wie wir es alle hätten, dann werden alle unsicher und so. Und das Ding ist halt auch bei mir oft, ich habe einfach oft so Nummern, die bei meinen Fans super funktionieren, aber so in dem Mainstream-Deutschland einfach überhaupt nicht gehen. Und ich finde es ein bisschen geil, ja, das heißt, ich merke einfach, der Saal ist nicht warm und alle so, aber gleich kommt Maxi, Maxi, mach das jetzt, Maxi, mach das jetzt. Und ich so, Leute, nee, ich mache eine Nummer, ich habe mich eigentlich auf euch verlassen, also ich habe mich wirklich auf euch verlassen, dass ihr es ausnahmsweise mal hinkriegt, ja, anstatt, dass ihr immer auf mich baut. So sehe ich die Scheiß aus. Aber dann mache ich, dann versage ich auf der Bühne jämmerlich. Das ist ganz oft. Ja, aber das ist ja dann auch nur dein Empfinden. Das ist mein Empfinden dann, ja, ja. Natürlich. Wo ich dann denke so, boah, ey. Das Schlimmste ist ja eigentlich, wenn man einen Fernsehauftritt hat und denkt, der war richtig geil. Ach. Das ist das Schlimmste, weil egal, wie gut der auch immer war, wenn du den danach guckst. Er ist nie so gut wie in deinen Händen. Nein, dein Gefühl kann sich nie, kann sich nie angleichen. Kannst du dich selber gucken? Schlecht. Ja. Schlecht, schlecht. Ich höre mich. Das geht. Weil das ist für mich am nächsten zu dem, wie ich es auf der Bühne mache. Das heißt, ich spiele das Set, dann höre ich es mir an. Und das ist eigentlich, als wäre ich nochmal auf der Bühne. So. Ja. Das geht. Aber sobald ich es dann sehe, bin ich auch, das sieht ja ganz anders aus, als ich mir das immer vorgestellt habe. Und das fickt dann deinen Kopf, weil dann willst du das nächste Mal, denkst du, oh, das sah aber scheiße aus, jetzt mache ich es irgendwie anders und dann funktioniert es ja nicht mehr, weil es muss ja so scheiße aussehen. Deshalb lachen sie. Da musst du die Eitelkeit einfach wegschmeißen. Deswegen, ich kann keine Sachen von mir angucken. Ja. Ich gucke nichts von mir. Ich spiele es, gehe runter und dann will ich nichts mehr damit zu tun haben. Ich will es nicht mehr, ich höre es mir an, genau wie du anhören. Das ist für mich dann so Arbeit. Das ist dann für mich so, ich gehe in meinen Set durch und so und so. Ja klar. Aber wirklich nochmal angucken, ja, das mache ich vielleicht, wenn ich wirklich ein Solo aufzeichne, ja, und ich weiß, ich zeichne auf jetzt, dann nehme ich, ich nehme ja auch jeden Abend per Kamera auf, aber ich höre es mir halt nur an. Ja. Oder beim Schneiden, wenn ich Reels rausschneide oder so. Ja eben, da muss man dann, ich gucke dann auf die Füße. Ja, genau. So, ich gucke, sind die Füße in der Mitte, dann ist okay, ja. Ja, dann gucke ich schon, aber es ist für mich, wenn ich irgendwo, ganz unangenehm, ey, was ich immer hasse, wenn ich irgendwo auf einer Party bin so und dann im Fernsehen läuft dann, ey Maxi, du bist im Fernsehen und ich so, ich gehe, ich wechsle den Raum, ich will nicht angeschwollen, ich so, ey, nee, Leute, wirklich nicht, so. Also das ist, ist auch wirklich albern, wenn man mal drüber nachdenkt, es ist wirklich lächerlich, wenn man sich nicht selber angucken kann, es ist echt albern. Ich, ich, ich mach dann manchmal so ein bisschen eine Abgrenzung zu, das ist, das ist der andere Typ da, ne? Ja, genau, genau. So irgendwie, dann geht's einigermaßen. Es ist, es ist wirklich Eitelkeit, es ist einfach albern, aber das ist so ein Hubbel, über den komme ich nicht drüber. Aber du hast ja schon ein paar Solos aufgezeichnet und auch, äh, und auch auf Netflix, ist es auch eins oder zwei? Das erste ist auf Netflix, ja. Das erste, und dann hast du eins selber noch, äh. Maxipedia habe ich selber gemacht, Lieber Maxi als Normal, das dritte habe ich selber gemacht. Das vierte Next Level lief im WDR. Ja. Und jetzt habe ich 45 Minuten aus gute Zeit für Dreisat gespielt. So, also da kommt jetzt eine Hälfte, kommt jetzt im, im Fernsehen. Da hast du aber zum Beispiel jetzt bei dem Dreisat-Ding, da hast du ja wahrscheinlich nicht so viel, äh, Kreativkontrolle über, wie das dann geschnitten ist. Welche Kameransteckung, etc. Es kommt ganz drauf an, es kommt ganz drauf an, weil du gehst dann raus und du hast die Uhr mitlaufen und die sagen, wir brauchen 45 mindestens oder 44 oder so, äh, den Rest schneiden wir. Und wenn, also ich hatte jetzt schon den Eindruck, dass man geht dann von der Bühne und dann calm down, erstmal runterkommen wieder und dann kommen die Redakteure oder der verantwortliche Redakteur und sagt dir schon so, wie er vorhat, das zu schneiden. Ah ja. Also, guck mal, da am Anfang die Nummer, die würde ich ein bisschen kürzen und so und dann würde ich das noch mit reinnehmen und so und die sprechen das dann schon ab mit dir und dann sagst du, ah, okay, ja, okay, verstehe ich, okay. Und dann kannst du aber sagen so, ah, vielleicht noch hier und da und dann wird, meinst du, weil so und dann wird halt diskutiert. Ja. Aber du hast nicht den Final Cut. Du kannst jetzt nicht entscheiden so, ähm, deswegen meine Empfehlung ist, liefer einfach genau 46, 47 Minuten ab, dass sie einfach nicht so viel schneiden können. Aber dann musst du halt wirklich mit dem Feedback leben. Also, ich hatte zum Beispiel jetzt bei Dreisand, hatte ich die ersten 10 Minuten ziemlich einen harten Kampf, weil ich halt auch nicht rausgegangen bin und ein Warm-up gemacht habe, weil ich mir denke, was ist das für eine Scheiße? Geh raus, Kaltstart, let's go. Ja, und, äh, dann hatte ich auch so eine Nummer am Anfang, die mich zwar inhaltlich gut etabliert, aber das verboomerte Publikum erst mal abgewartet hat, wo will er hin, was macht er jetzt und so. Aber ich stehe das dann auch. Ich habe da kein Problem mit, weil ich weiß, ich kriege die dann. Das dauert ein bisschen, aber ich kriege die dann. Ja. Und das hat dann super funktioniert. So, dann war es ein gutes Set. Aber auch die ersten 10 Minuten, huh. Ja, weil beim, also ich sage jetzt mal Final Cut, ich habe jetzt das letzte Solo, war das erste, das ich wirklich komplett mit fünf Kameras aufgezeichnet, Teil davon kam beim SRF, den Rest habe ich als Ganzes und da bin ich halt wirklich im Schnitt gesessen, von wegen sich selber anschauen, ne. Und eben, du hast so ein gutes Gefühl, bei der Aufzeichnung hatte ich ein super Gefühl. Ja. Und dann guckst du dir es an und dann bist du so, es passt alles, ja. Lacher sind am richtigen Ort und so weiter und so fort, aber du guckst dich einfach zu lange an. Und irgendwann habe ich gesagt, kannst du, kannst du nicht zweifache Geschwindigkeit, ich will nur inhaltlich kurz schauen, dass die Kamera am richtigen Ort ist, so. Ich, ich habe, äh, Maxipedia habe ich nicht selber geschnitten, aber lieber Maxi aus nochmal, da wo ich im Rundell bin, in dem Runden. Das sieht auch sehr geil aus. Das, das war eine coole Idee von dem, äh, von Nils, der, äh, Regie bei Standart 3000 gemacht hat. Der hat das, der hat da für mich Regie gemacht und der hatte diese Idee, ich packe die Bühne einfach in die Mitte, baue eine Kamera, Zug drumrum und so und, äh, dachte ich mir, sieht geil aus, ja. Äh, paar Leute sagen so, oh, da wird mir aber schwindelig beim Gucken und ich so, gut, das ist jetzt mir, dann hörst du dir nur an, weißt du, dann hörst du dir nur an. Und, äh, dann habe ich da das, äh, so gemacht und da hab, da saß ich auch im Schnitt mit drin und hab genau entschieden, wie, wo, wann raus, ja. Ja, ja, und das, eben, es ist zwar anstrengend, aber es gibt dir schon ein geiles Gefühl, wenn du es dann gemacht hast, weil dann kannst du sagen, das ist jetzt wirklich, also viel näher an dir selber kann es nicht sein. Ja, ja, genau, genau. Also das ist eh so ein, so ein Ding, welche Rolle wird das Special noch haben? So, weil momentan ist das Special für uns einfach nur so das, das Kronjuwel, ja, dieses, das ist mein, ja, das ist meine Masterarbeit. Genau. Das ist jetzt meine Doktorarbeit. Da habe ich jetzt dran gearbeitet und das ist jetzt mein Werk. und ich weiß nicht, ob es noch ein Publikum gibt, das sich Specials anguckt. Ich, ich glaube, ich glaube, Covid hat da ein bisschen was, äh, angestoßen, dass halt wirklich viel auf Netflix, äh, halt mal durchgeschaut wurde, ähm, aber der Begriff Special ist ja, ist ja sehr, ja, sehr, sehr weich geworden, sage ich jetzt mal. Total, weil wenn du, wenn du jetzt nach Amerika guckst zum Beispiel, ich habe den Eindruck, es werden nur noch Specials gemacht in Amerika, weil die Gagen von Netflix so pervers sind. Ja, und weil die ja konstant neuen Content wollen. Ja, ja, genau, also zum Beispiel der Tom Segura hat ja eine Doku gemacht. Ja. Über sein Special. Ja. Der tapet sein Special sechsmal. Mhm. Der zahlt sechsmal sein Special auf. Und hat dann am Schluss trotzdem nur eine genommen. Ja, und wo ich mir denke, so guck mal, das ist halt auch nochmal ein ganz anderer Production-Value. Ja, ja. Den die da drüben haben, so, voll krass. Ja, also hast du mehrmals auf, gibt's zweimal, ne? Also lieber Maxi als normaler habe ich zweimal getapet. Aber Maxipedia einmal, Nerdist by Nature, was auf Netflix, einmal, ähm, äh, Gute Zeit auf Dreisat jetzt einmal, das ist ja auch so krass, du gehst einmal, so, wenn du überlegst, beim Schauspiel probst du ja alles, bis es sitzt, aber wir sind immer irgendwo in dieser Pressure, vor allem, wenn du jetzt sowas wie Dreisat machst oder so, es ist nicht hundert Prozent deine Crowd, es ist nicht so, sondern du gehst da so eine Wette ein, die ist echt, also wenn man sich da zu viel Gedanken macht, das ist dann schon crazy, so, ja. Ja, das habe ich jetzt ein bisschen mit, äh, der, das große Kleinkunst-Festival. Ach, in Berlin? Ja. Ja, Willmäuse. Genau, da, da bin ich jetzt dieses Jahr. Glückwunsch, super. Da warst du auch mal, ne? Da war ich auch mal, ja. Hast du gewonnen? Ja. Ja, ja. Hab ich gesehen auf der Liste. Bist du nominiert? Äh, also nominiert, ich bin da in dem Wettbewerb, ja. Yeah, 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 cool, cool. Und das ist eben genau so ein Ding, da bist du so im Vorfeld, da wollen sie mal Texte und so und das ist, ja, es ist eigentlich Pokern, ja. Es ist Pokern, ja. Es ist wirklich einfach, boah, im Normalfall gucke ich mir einen Raum an und dann schreibe ich mir die Setliste und, und vielleicht passe ich noch ein bisschen an während dem Spielen, weil ich denke, ja komm, den musst du jetzt wahrscheinlich nicht bringen hier und da kannst du vielleicht ein bisschen länger. Genau. Und hier ist einfach so, was sagt mir mein Gefühl in zwei Monaten, ne? Genau, genau. Wie fühle ich mich dann? Was denke ich, wie sich die Menschen da fühlen? Ich versuche es mal mit der Hand. Ja. Die lege ich jetzt mal rein, all in. Wir gucken in zwei Monaten, wie es dann ist, ne? Ja. Ja, ja. Ja, Wettbewerbe sind super schwer. Wettbewerbe sind super schwer. Ja, also, aber nur wenn man reingeht mit, ich will gewinnen, dann sind sie schwer. Ja, aber das habe ich zum Glück, das habe ich zum Glück noch nie gehabt. Ja, super wichtig. Man wünscht sich es irgendwo, aber man geht nicht mit dem Ziel rein. Das Ziel ist eigentlich, ich versuche mein Bestes zu geben und alles andere kann ich nicht kontrollieren. Genau so ist es. Deswegen, äh, auch solche Sachen sind halt gut, weil Fernsehleute sind da, äh, andere Künstler sind da, ist eine super Form zum Netzwerken, Leute kennenzulernen, nochmal aufzufrischen, so, das, äh, so muss man es sehen, ja? Also nicht nur, oh krass, die, äh, die Performance vom Publikum ist es natürlich, aber möchte jetzt mal hier auch wieder noch eine goldene Kuh schlachten, Preise sind nicht so wichtig. Nee. Ja, und das sage ich, weil ich sehr viele davon habe, ja? Die sind nicht so wichtig, ja? Sie sind einfach nicht so wichtig, ja? Es ist schon, also, es ist nicht so, also, in der heutigen Zeit, es macht, es macht keinen großen Unterschied, ne? So. Es ist, es ist für eben sich selber so ein bisschen, bisschen Ego gepusche oder auch, äh, das Gegenteil, aber, aber es macht keinen großen Unterschied, ne? Und Deutschland ist ja auch wirklich so ein, so ein Land, das ist, das ist wirklich so ein Preisland, ne? Ist ein Preiseland, total. Ich hatte mal, ich hatte mal so ein Bit darüber, man hat früher alles verloren, deshalb verschenkt man sich jetzt immer. Ja. Ja, ja, und das, also, es ist alles, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber eine Zeit lang war ja auch jede Mixed-Show, war ein Wettbewerb, ne? Es war immer, keine Ahnung, Gong, Comedy, Battle, was auch immer, und es ist eigentlich einfach eine Mixed-Show, eigentlich du trittst auf, ich tritt auf, am Schluss, äh. Es ist so, es ist einfach so, in Deutschland will man die Arbeit sehen, man will in Deutschland sehen, dass jemand arbeitet, dass da was geleistet wurde und deswegen sind diese, äh, Wettbewerbe auch so beliebt beim Publikum, weil dann kann das Publikum auch noch so ein bisschen entscheiden. Ja, klar. Und dann kann man sagen, ah, ich hab auch einen Beitrag geleistet, ich hab nicht, ich saß nicht nur da und hab gelacht. Ja. Nein, ich hab mir auch Gedanken gemacht, wer gewinnt und wer nicht gewinnt, weil das ist ja wichtig, was ich denke und so, ne? Also. Ich muss ja auch was dazu machen. Genau, ich muss ja, ich kann ja nicht einfach nur kommen und einfach eine gute Zeit haben, das geht ja nicht. Wo kommen wir denn da hin? So. Der Deutsche hat einfach ein chronisch schlechtes Gewissen bei allem. So. Und wenn du dieses schlechte Gewissen gut bedienen kannst, alles gut. Dein Konto wird nie leer sein, ja? Das ist essentiell. Und weil ich das halt so ausspreche, denken Leute so, ah, worüber, was, was erlaubt der sich und so, aber ich denke mir halt so, fuck it. Ist doch scheißegal. Ja, logisch. Also, ist jetzt, ist jetzt auch nicht die, ist jetzt auch nicht die provokativste Meinung. Ja, finde ich auch. Das ist einfach, eben, Preise sind nicht so wichtig, ne? Ja. Aber, klar, eben auch dort, es ist ein Wettbewerb, es kann nicht einfach sein, äh, Mixtshow. Ja, ja. Das ist aber auch so bei, ähm, was ich auch zum Beispiel hasse, ist dann so, wenn, wenn ich angekündigt werde, er ist einer der besten Stand-Upper Deutschlands und so, das hasse ich. Ja, klar. Ich hasse es so sehr. Da kommt ja die Erwartungshaltung, ne? Oh Gott, ey. Dann sitzen ja die Leute da und sagen, aha. Ach, wirklich? Schauen wir mal, ne? Ich will, ich will einfach, dass einer sagt, das ist genauso eine dumme Sau wie alle anderen. Ja. Weißt du, in der Schule nichts gelernt, kann nichts, Maxi Stettenbauer, zack. Da kann ich viel besser mit arbeiten, als wenn, ich war auch bei einer Radioaufzeichnung, der Moderator, er ist schon lange dabei, er ist bei allen renommierten Sendungen, er ist wirklich meiner Meinung nach einer der Besten, die dieses Land hat und ich hinter der Bühne so, oh Gott, das wird so ein Albtraum, das wird so ein Albtraum gleich. Und du merkst einfach sofort, dass Leute sagen, ach, wirklich? Ach, das finde ich jetzt mal interessant, jetzt will ich aber mal sehen, was der macht. Und schon ist Comedy tot. Schon ist es vorbei. Ja. Und deshalb fand ich immer so, eigentlich die Gigs, bei denen niemand weiß, wer du bist und eigentlich auch Moderator oder Moderatorin keine Ahnung hat. Ja. Einfach irgendwie sagt, so, jetzt kommt einer. Ja, viel Spaß. Ja. Dann ist einfach Erwartungshaltung gleich null. Und du kannst so von unten nach oben spielen. Genau. Und dann ist Comedy so geil. Ja. Und diese Idee, ich war auch mal auf einer Gala und der Producer der Gala von der, war so eine, es war Mediamarkt. Egal. Ja, auch ich mach's wegen der Kugel. Ja, klar. Und dann war ich bei Mediamarkt, bei dieser Gala und der Producer sagt den beiden Moderatoren, ey, ihr müsst den Comedian, den müsst ihr hypen. Ihr müsst sagen, dass der der Geilste ist und dass der da ist und so. Und ich so, Leute, sagt einfach, dass ich da bin. Sagt einfach, dass ich da bin. Und bei einer Gala vielleicht noch, dass du Comedian bist und dann ist alles gut. Ja, den Rest übernehme ich. Ja, ihr müsst mich nur ansagen, so. Ähm, aber das ist echt, äh, aber man merkt halt schon, ich hab ausschließlich First World Problems, ja. Oh mein Gott, er wird als guter Comedian angesagt. Was für ein Struggle. Das ist schon schlimm. Ja. Ich, ich versteh's, ja. Ja, ist so. Nee, aber das ist, äh, ich find fast noch schlimmer, bei einer Gala Überraschung zu sein. Dann ist, dann ist eigentlich vorbei. Oh Gott. Und vor allem, wenn die Überraschung noch so angeteast wird, die ganze Zeit. Also später kommt noch was, ne. Und irgendwann sagen sie, ja, wird was für die Lachmuskeln. Ja. Dann haben die die Erwartung, es kommt, ja. Wahrscheinlich eben, aus den USA eingeflogen, Jerry Seinfeld. Du musst echt so, wenn du, wenn du, wenn du so Corporate machst, musst du echt einfach so, du musst so 20 Minuten, so 20 Corporate Minuten, die brauchst du. Ja. 20 Minuten, wo du sagst, okay, die kann ich, die funktionieren da, muss ich nicht viel erklären, die passen einfach, aber, äh, zum Beispiel, wenn ich Corporate spiele, ich spiele sau viel aus, äh, Tochter über meine Tochter oder so, so allgemeine Bits einfach. Ja, ja, ich habe auch so ein bisschen Haustiere, Haustiere, Kinder, äh, Reisen. Genau, und dann, es ist ja auch so krass, ähm, man hat ja, Galas sind ja was völlig anderes, so, du gehst dann da hoch und du denkst, du bist voll abgekackt, so, und dann kommt der Pressesprecher und sagt so, ach, das war, also, das war, ach, ich bin so froh, dass das so gut gelaufen ist, wirklich. Ich soll ihn auch noch vom Chef sagen, es war ganz toll, es war super, wo ich mir mittlerweile denke so, lügt ihr einfach oder so, aber. Nee. 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 Die lügen nicht. Die lügen nicht. Weil ich hatte auch schon, oh mein Gott, es tut mir so leid, ich dachte noch, das kommt nicht gut, dann sagst du, schön, aber danke für die Gage. Deswegen, ich gehe da einfach mittlerweile hoch und sage, ihr wolltet das, ja, so gehe ich hoch, ihr wolltet mich, okay, es gibt genug Zeug von mir, ja, so, ihr wisst, was ich mache und ich, genau das mache ich jetzt, aber ich werde nicht mehr so überlegen, so, oh mein Gott, mein Gott, was könnte da jetzt, sagen wir es mal so, man passt natürlich an, ist ja klar. Ja, man will ja, man will ja dem Publikum, was da da ist, man will ja dem Publikum, was da da ist, eine gute Zeit bereiten. Aber man macht trotzdem nicht was komplett anderes. Und dann funktioniert es ja auch, das ist ja eigentlich das Faszinierende, das wirklich sagt, also, ihr wolltet das, ich mache es jetzt und mit der gleichen Intention und auch mit der gleichen Energie und dann kommt es meistens gut, ja. Dann ist die Reaktion vielleicht nicht ganz so stark wie bei einer Soloshow, wo alle Menschen eine Karte für dich gekauft haben. Ja, ja, genau. Aber das hat trotzdem funktioniert. Total, absolut. Und dann ist ja eigentlich alles gut, ne? Ja, also, man, man geht da, man kommt da so, also sobald irgendwie das Publikum, man bewertet auch das Publikum zu schnell, ja. Oh, die haben da nicht so gelacht wie das Publikum gestern. Ja, ja, ja. Jetzt ist es scheiße. Ja, klar. Also, man ist ja so krass in seinem eigenen Film. Und das merkst du ja auch sogar selber als Zuschauer, ne? Wenn ich, wenn ich irgendwie bei, bei Kollegen mal drin sitze, denke ich, boah, ist eine geile Show, ne? Und dann sagen die, boah, gestern war viel besser und jetzt bist du heute hier und so. Das ist ja, du hast dein Vergleichslevel. Total. Aber ich im Publikum habe ja mein Level mit den anderen und das habe ich für sehr gut empfunden. Dann ist eigentlich alles in Ordnung. Deswegen, ich habe einen Comedy-Mentor, von dem ich eigentlich sau viel gelernt habe, der heißt Andy Valwur. Andy Valwur war ein Comedian in den 80ern, der war mit Bill Hicks unterwegs, der war mit Jerry Seinfeld. Es gibt auch Videos von dem auf YouTube. Andy Valwur mit V. Und der macht Stand-Up seit 45 Jahren. Seit 45 Jahren Stand-Up. So. Und immer, wenn ich den gefragt habe, sag mal, er geht hoch und reißt einfach so ab. Dann habe ich ihn gefragt, sag mal, wie fandst du das Set? Und er so, I don't know. So, er braucht, er arbeitet an Bits, bis er merkt, für ihn ist es jetzt gut. Und dann ist er nur noch in diesem Anbieten-Modus. Ich mache das jetzt und I don't judge the audience. Ja. Ja. Das Publikum reagiert, wie das Publikum reagiert. Das ist er. Das sind wir gerade auf dem Bildschirm. Das ist Andy. Ja. Ah, good-looking motherfucker. Das ist er. Ein unfassbar guter, geiler Stand-Up-Comedian. Was ihn so ausmacht, ist, er lässt das Mikrofon im Stativ und bleibt dann nur so stehen und redet nur in das Stativ und wirklich super, super geil. Also, Andy war der erste Stand-Up-Comedian, den ich live hab killen sehen. Ja. Open Mic in Bonn, zwölf Leute. Ich habe irgendwie sechs Monate Comedy gemacht. Andy Walvo kommt rein, geht auf die Bühne und zerlegt diese, ich glaube, es waren sechs, sieben, acht Leute, waren nicht viele, und zerlegt diesen Saal, weil er so funny war. Und dann dachte ich mir, okay, darum geht's. Ja. Das ist es so. Und der hat mir halt eben dieses beigebracht, so, äh, Urteile nicht zu schnell übers Publikum. Mhm. Das verbaut dir eher Sachen. Ja. Weil sobald du denkst, oh, die sind geil heute, dann wirst du auch zu sicher. Oder wenn du denkst, oh, die sind scheiße heute, dann entwickelst du so einen inneren Abfuck gegenüber den Leuten, sondern nimm die Leute einfach, wie sie sind. Mhm. Sie sind, wie sie sind. Es gibt kein gutes und kein schlechtes Publikum, ja. Natürlich gibt's Publikum, das manchmal respektlos ist und so, aber davon, sondern, dass du die Bewertung vornimmst, darum geht's. Nimm das Publikum, wie es einfach ist und gib einfach dein Bestes. Und das hat mir wahnsinnig viel Stress genommen. Das ist ja auch schon nur mit der Anzahl der Menschen, ne. Es gibt ja immer so, es gibt so gewisse, die sagen dann, ja, ich merke immer so, ab 30 kann ich, kann ich einen Raum bespielen. Ab 40 wird's ein bisschen besser und so. Das ist eigentlich scheißegal, ne. Ich hab auch schon vor 12 gespielt und zwar geiler als vor 200. Ich stand in Tausender-Sälen vor 80 Leuten und sitzen alle verteilt 80 Köpfe in so einer Tausender-Halle. Scheiße verkauft und einfach kein großer Name und zu große Halle gebucht. Und du denkst, das ist das Absurdeste, ich stehe in dieser leeren Halle. Aber wenn du da bleibst, die Leute merken sich das. Weil man denkt immer so, oh ja, das ist ja dann so peinlich und das ist so unangenehm. Ja, aber wenn du das dann denkst, dann überträgt sich das, ne. Und ich hab halt gelernt, schon vor Covid, ich hatte so eine Tour, da war wirklich noch eben viel zu viel gebucht, viele Orte und da waren einfach nicht viele Leute. Und dann lernst du aber wirklich vor wenig Menschen aufzutreten und als erstes ihnen die Angst zu nehmen, dass sie eine falsche Entscheidung getroffen haben. Weil sie wollen ja eigentlich dich sehen. Sie haben ja das Ticket gebucht. Dann sitzen sie da und sagen, scheiße, sind wenig Menschen, hab ich einen Fehler gemacht? Bin ich jetzt dumm, dass ich hierhin gekommen bin? Genau, genau. Und dann musst du eigentlich ihnen die Angst nehmen und sagen, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen, weil wir werden jetzt, wir werden jetzt richtig geile Zeit haben. Ja, ja, genau. Und wenn du das annehmen kannst, dann passiert wahnsinnig viel. Und vor allem, jeder wird einfach mal schwache Spielzeiten haben. Ja. Jeder, der das lange macht, wird Phasen haben, wo auf einmal nur, also zum Beispiel bei mir, ich hab jetzt, ich hab Zürich gespielt. Ich glaub, morgen sind's so 300, 320 Zuschauer. Ich hatte aber auch mal ne Zeit, da waren 500 Leute da in Zürich. Also, es fluktuiert einfach. Ja. So, es ändert sich einfach. Bist du gerade viel zu sehen? Hast du gerade ein Produkt oder so? Oder ist die Location komisch? Keine Ahnung. Also, das heißt, du wirst immer mit fluktuierenden Zuschauerzahlen zu tun haben. Egal, wie Hype du bist, egal, wie groß du bist, das wird sich immer irgendwo abspielen. Deswegen, ich hab in jeder Tour mindestens einen Termin oder zwei oder drei, wo in einem 500er Saal 100 Leute drin sitzen. Hast du einfach, wenn du eine Tour mit 90 Terminen hast, dann wird das so sein. So, und deswegen sich von der Anzahl im Publikum, auf der Abrechnung macht's natürlich nicht so viel Spaß. Da brauchen wir auch, ey, wir müssen davon leben. Kommt auf den Deal drauf an. Ja, kommt auf den Deal drauf an. Aber klar, aber ich find schon, da geht dann wirklich der Job los für mich. Ja, ich weiß noch, du hast mal erzählt, dass, ich weiß nicht nach wie vielen Jahren, fünf, sechs oder sieben, irgendwie sowas, dass du eigentlich wieder auf Null warst. Ja. Ja. Und dann wie eine zweite Karriere gestartet hast. Und das ist eigentlich sehr, sehr oft bei vielen Menschen so. Man hat natürlich, von außen hat man das Gefühl, eine Karriere verläuft linear. Ja, so, so, nicht wie ein Aktienkurs, sondern einfach gerade diagonal hoch, ne, man fängt ja an und irgendwann ist man da und es geht immer weiter, immer weiter. Aber es ist eigentlich wie ein Aktienkurs, es ist eigentlich wirklich mal so. So Sinuskurven. Genau, ja, so Wellen. So hoch und runter, genau, so Wellenbewegungen sind das dann. Und das Ding ist, ich habe auch kein krasses Rezept dafür, was man dagegen tun könnte, außer man muss die Welle so reiten, wie sie gerade kommt. Ja, akzeptieren. Ja, es ist dann einfach so. Alter, ich hatte mal eine Zeit, da habe ich auf Facebook wirklich jede Woche ein Video rausgehauen, was innerhalb kürzester Zeit eine Million Aufrufe hatte. Wirklich, richtig, richtig krass. Erster Solotermin, 150 Leute. So, also das heißt so, du hast es einfach nicht im Griff. Und das Ding ist, wenn du dir dann so Hype-Kandidaten anguckst, so wie Felix oder so, ja, die erwecken dann die Illusion, dass man sich ja steuern könnte. Ja. Weil man dann sieht, oh, wie easy geht das denn? Ja, also ich meine, ich habe erlebt, wie Enisa, Armani, gefühlt, ich formuliere sie überspitzt, morgens aufgewacht ist und abends war sie ein Comedy-Star. Ja, also, weil das einfach rasend schnell ging, in meiner Wahrnehmung so. Also, ich habe gesehen, wie Chris eine Woche vorher noch mit mir im ICE saß und wir haben uns abgefuckt, weil der Quatsch-Club in Hamburg so schlecht zahlt. Eine Woche später hat der Darfer das und jeder in Deutschland kennt ihn. Mit Luke bin ich auf Tour gegangen. Wir haben Nightwash-Tour in den, Nightwash-Tour war schon immer sehr gut, aber halt auch, da waren richtige Kaschemmen dabei, in denen wir da gespielt haben. So, und haben uns abgefuckt, wenn unsere Bits nicht funktioniert haben, so. Dann macht Luke sein 90er-Ding, geht komplett durch die Decke und dann spielt er auf einmal so in so, in Lanxess-Arena 14.000 und ich fahre nach Bochum, weil ich in einem 200er-Saal vor 80 Leuten spiele. So, und es ist ein Mindfuck, es kann ein Mindfuck werden, auf jeden Fall, so. Aber nach all den Jahren habe ich gelernt, du kannst nur dein Bestes geben und du kannst es nicht kontrollieren. Du kannst es nicht kontrollieren. Und jeder, der dir erzählt, dass man es kontrollieren kann, der lügt. Weil, wenn man es kontrollieren könnte, jeder würde es machen. Natürlich. Jeder würde es machen. Ich hatte kürzlich mit dir im Gespräch, das ging genau in die Richtung, von wegen, ja, weißt du, wenn ich irgendwo sehe, dass es noch nicht ganz voll ist oder so, dann überlege ich mir, was ich alles noch machen kann damit und so. Sag ich, du wirst es nicht groß ändern können. Du hast eigentlich schon alles gemacht, ne? Ja. Und da wird jetzt nicht mehr viel passieren. Es ist einfach dann so, wie es ist. Und dann hat die Person gesagt, ja, weißt du, irgendwie, mir hat noch nie jemand gesagt, das hast du toll gemacht. So, dann habe ich gesagt, ja, wird auch nie jemand. Du musst es dir sagen. Du, für dich, musst ja irgendwie morgens aufwachen und abends ins Bett gehen und sagen, so, also ich, ich habe meine, ich habe meine Arbeit getan, ich habe mein Bestes getan und den Rest kann ich nicht kontrollieren, ne? Das ist, im Stau stehen ist dasselbe. Ja. Also, was mir bei Social Media dann oft so im Weg stand, wo ich dachte, Maxi, wenn Leute sagen, Maxi, du machst zu wenig Social Media, du machst zu wenig Werbung für dich. Und ich so, ich mache seit 15 Jahren Stand-up. 200 Gigs im Jahr. Was heißt hier zu wenig Werbung, du Assi? Hast du einen Arsch offen, Alter? Ich habe, also sobald man irgendwo eine Bierkiste umgedreht hat, stand ich da drauf und habe meine Pimmelwitze in verdutzte Gesichter gebrüllt. Ja. Weil du hast ja genau richtig gesagt, du hast ja eigentlich schon alles gemacht, so. Deswegen, es ist schon wichtig und man sollte auch Möglichkeiten, dass man sich mehreren Leuten präsentieren kann, die sollte man nicht ignorieren. Man sollte das immer machen, wenn es gerade noch so mit einem übereinstimmt. Aber man sollte sich da nicht allzu viele Gedanken drüber machen. Und ich sage das als jemand, der sich notorisch Gedanken drüber gemacht hat. Notorisch, Alter. Ja, wirklich. Deshalb nächste Staffel Let's Dance, ne? Ey, wenn du mich bei Let's Dance siehst, dann ruf mich an und frag, ob alles okay ist. Geht's dir gut? Ja, weil you never know. You never know. Gut, aber das war jetzt halt viel Business-Teil der Comedy. Ja. Was ich trotzdem natürlich am meisten liebe an Stand-Up ist das, was du vorhin gesagt hast, ist eben, ich habe diesen einen Pimmelwitz in deinem Fall. Ja, ich habe auch ein paar. Und ich kann es kaum erwarten. Der muss jetzt einfach raus. Und was ich gemerkt habe bei dir, wird jetzt ein bisschen technisch, aber wir waren mal eine Woche in der Schweiz zusammen unterwegs. Und ich habe jeden Abend dein im Rahmen gleiches Set gesehen. Und die Bits waren trotzdem komplett anders, weil du eigentlich immer einen anderen Tag gemacht hast und vielleicht zwei Tags, drei Tags. Und da habe ich gemerkt, das ist eigentlich so dein Spiel mit dir selber auf der Bühne. Dass nicht einfach, ich schreibe eine Nummer, die ist dann so und so und das sind fünf Minuten. Und die spiele ich jetzt so. Sondern es ist eigentlich, ich vergleiche es immer mit Jazz. Du hast so dein Grundthema und darin kann alles passieren. Und das finde ich eigentlich das Geilste. Das finde ich von allen Bereichen der Comedy finde ich das das Geilste. Ja, weil man kann schon tendieren so, also Comedians werden dann oft sehr technisch und man sagt ja auch, Comedians sind so Handwerker. Also als ob wir einen Tisch bauen, der irgendwie so perfekt ist und immer gleich aussieht. Für mich und ich war da auch so, Alter, ich habe Silben gezählt. Ich habe jeden Satz einzeln analysiert und so, weil ich wirklich dachte, dass da die Qualität herkommt. Aber über die Jahre habe ich einfach so für mich gelernt, dass die echte Qualität von dem Set immer aus dir kommt. Nicht aus dem Set, sondern aus dir. Und wenn, egal, du musst einfach nur einen Weg finden, wie du deine Energy in das Set kriegst. Was dir den Flow ermöglicht, das ist das Entscheidende. Wenn es dir hilft, dass du dein Set auswendig kennst, damit du in den Flow kommst. Ey, akzeptiere ich total. Aber ich habe für mich halt so rumexperimentiert mit, was ist, wenn ich einfach nicht weiß, was ich gleich sagen werde auf der Bühne. Was passiert dann? Und es ist dann total interessant, dass dann einfach der Kopf einfach dein Set für dich zusammenbaut dann. Wo dann sagst du so, und das Ding ist, der nächste Satz fällt dir immer erst ein, wenn du den gesagt hast, den nächsten. Ja. Und dann beim Reden kommt mir so die Idee, ah, okay, guck mal, du kannst jetzt hier das so bauen und dann kannst du hier die Überleitung, oh, und dann kannst du das anders zimmern und so. Und du merkst auf einmal, dass du ein Instinkt hast, den du ausschaltest, wenn du schreibst und planst und nachdenkst. Ja. Ja. Und deswegen, ich meine, das waren diese Mixed Shows, glaube ich, die wir mal zusammen gemacht haben, ja. Deswegen, ich versuche es jedes Mal zum allerersten Mal zu machen. Wenn ich auf die Bühne gehe, ich weiß nie, was mein erster Satz ist. Echt? Weiß ich nicht. Ich denke oft nach, was sage ich jetzt gar nicht? Ich weiß es nicht. Aber ich kenne diesen unsicheren Gedanken. Ich kenne den mittlerweile. Ja, ja, ja. Immer so, ja, ja, mir fällt gleich was ein. So. Ja. Und das hat dann auch so einfach mit deinem Vertrauen zu dir als Performer zu tun, dass selbst wenn ich mich jetzt zwei Minuten lang in die Scheiße reite, ich kriege es irgendwie gedreht. So, mir fällt was ein, was mich rettet, es passiert irgendwas im Publikum, auf was ich reagieren kann oder so. Also, wenn man das oft genug macht, wenn man das oft genug macht, entsteht einfach so eine Security, einfach so eine Confidence, wo man weiß, so, ich bin auch nur ein Dude. Ja. Ja. Ja, aber ich bin jetzt in dieser Transition so. Jetzt kommt das sechste Solo und das ist glaube ich das dritte, bei dem ich nicht mehr geschrieben habe, so, sondern eben auf der Bühne viel entwickelt. Natürlich denkst du die ganze Zeit darüber nach. Die Menschen haben immer das Gefühl, man geht auf die Bühne und hat sich noch nie irgendwas überlegt und dann entsteht das Set. Aber es ist ja vielmehr, es ist nicht hinsetzen und schreiben, es ist einfach darüber nachdenken und das Unterbewusstsein arbeitet auch noch ein bisschen mit und so weiter und so fort. Und ich finde diesen Prozess, finde ich auch so spannend, weil ich sehe dann eben auch wie eine andere Person da oben, so eben wie wir vorhin gesagt haben, bei sich anschauen oder so. Das ist einfach so, ich als Joel hier, ich überlege mir zwei, drei Sachen und der andere Typ da auf der Bühne, der muss das dann irgendwie ausbaden. Ah, okay, verstehe. Der ist dann eigentlich in der Scheiße. Ja, ich bereite so wenig wie möglich vor, dass der eigentlich die ganze Arbeit machen muss. So, Josef Hader macht das ja auch so ähnlich, bei dem war man ja schon mal. Der hat auch gesagt, er hat einen Autor und dann ist er nur Autor und schreibt. Und sobald er auf die Bühne geht, ist er der Schauspieler. Und der Autor kümmert sich nicht darum, was der Schauspieler zu tun hat, sondern er kümmert sich um den Schauspieler, wenn der Schauspieler dran ist. Beim Proben. Und da gibt es auch so zum Beispiel, gibt es ganz viele, Walt Disney zum Beispiel, der alte Antisemit. Der hat zum Beispiel gesagt so, hey, wenn wir neue Ideen haben, dann müssen wir nur brainstormen. Scheißegal, ob die Idee gut ist. Wir müssen erst brainstormen, ununterbrochen und dann können wir es kritisieren. Nicht gleichzeitig. Nicht eine Idee aufschreiben und dann so, passt das, passt das nicht. In wie vielen Meetings ich saß. Output, Output, Output. Genau. Wo man Ideen vorgeschlagen hat und dann so, ja, nee, das nicht. Ja. Weil wenn einer in diesem Critical Mindset ist, ist alles scheiße. Dann wirst du nie irgendwo hinkommen. Ja, und das ist auch so das Problem an der deutschen Mentalität. Sorry, wenn ich so auf Deutschland hate. Wir sind in der Schweiz. Deutsche sind einfach so, sind einfach, die verwechseln, kritisch sein mit Haltung haben. Ja. Nur weil man kritisch ist, hat man keine Haltung. Ja, ja, ja. Oder man hat auch keine durchdachte Meinung, nur weil man kritisch ist. Nee, man ist einfach nur kritisch. Und deswegen dauert in Deutschland alles so lange, weil alle einfach in diesem bräsigen Kritikermodus sind. Und eine Idee, das Ding ist, die Deutschen setzen ihre Messlatte immer höher und merken es nicht. Ja, und da kommt nie was drüber, was sie sagen, oh, geil. Endlich mal. Endlich mal. Sondern alle sagen immer so, ja, aber was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn das passiert? Die so, gut, ich bringe mich um. Ja, ganz einfach so. Und deswegen, Deutschland hat gerade ziemlich Rom kurz vorm Untergang Flares. So, das ist da gerade unterwegs. Ja, ja, ist schon so. Und deswegen kritische Haltung und nicht einfach Output. Ja, wir Deutschen machen einfach nicht. Wir machen einfach. Einfach mal machen. Einfach mal machen. Nee, machen wir nicht. Ja. Und das ist, aber das ist, grundsätzlich auch in der Schweiz ist das natürlich ein bisschen so. Es gibt wenig von, ah, einfach mal drauf los und dann schauen, was passiert. Sondern es wird eigentlich alles eben super durchgeplant. Und dann geht es auch immer länger und ist auch ein bisschen teurer. Schweiz teurer, wirklich? Ja, eben noch teurer als mal geplant, weißt du? Und ich glaube, die kreative Ader ist schon mehr. Ja, einfach mal schauen, was entsteht, ne? Und dann reden, was man besser machen könnte. Ja. Aber das ist, äh, das ist alles, ja, ich sag mal, da kann man sich totreden über das Thema. Was mich aber, was mich aber wundernimmt, äh, wenn, wenn, wenn du jetzt eben nicht weißt, wie du ein Set beginnst. Wie lange haben wir? Magst du noch ein bisschen? Wir können gerne noch. Was haben wir denn noch? Ach, Stunde 20. Ja, ja. So 90 Minuten, so ein Fußballspiel. Das ist auch mein Ziel. Ja, okay. Wenn du, wenn du nicht weißt, was du, was du sagen wirst, ne? Wie entscheidest du dann, dass wir jetzt trotzdem, ich sag jetzt mal, ein halb fixer Bestandteil vom Solo? Oder ist das auch beim Solo effektiv immer? Mal schauen. Es gibt Abende, wo einfach der Funke nicht da ist. Das gibt's einfach. Wo du einfach sehr am Skript bleibst oder an dem, was funktioniert, weil einfach dieser letzte Aspekt nicht da ist. Also das hast du. Da hast du schon Setliste, klar, dann mach ich jetzt einfach die Bits und dann bin ich weg. Genau, genau. Aber das sind dann auch so Sachen, das ist dann so eine Entscheidung, die treffe ich dann in dem Moment. Wo ich dann einfach merke, das ist heute Abend der richtige Weg. Und dann gibt's Abende, da hab ich den gleichen Gedanken. Da denk ich mir so, ja, heute wird Dienst nach Vorschrift. So fühl ich mich gerade. Und dann geh ich auf die Bühne und sag was völlig anderes und es geht, passiert im Publikum noch was. Und auf einmal krieg ich der ganze Abend so eine Dynamik, wo ich mir denke, what the fuck? Alter, das ist ja krass. Und das ist dann schon geil. Deswegen, die beste Haltung ist für mich immer so, ja, ich hab hier ein bisschen was, aber ich weiß es nicht. Da ist was, ich weiß es aber nicht. Und das ist eigentlich cool. Absurderweise ist das irgendwie der Zustand, den ich jetzt gerade habe. Weil ich hab nächste Woche die ersten Tryouts und ich denk mir so, Tryouts von was? I know. Weißt du? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und zwar ist, gefühlt ist so ein Riesenberg an potenziellem Material da. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch noch nie so entspannt gewesen. Weil eben so dieses Grundvertrauen in den Idioten da auf der Bühne ist irgendwie da. Aber das ist so weird. Ja, also sagen wir es mal so, wir sind ja auch so in die Angst hineinerzogen worden, dass wir es komisch finden, wenn sie nicht da ist. Ja, also ganz viele Leute wollen ja nicht angstfrei leben, weil wenn sie angstfrei leben würden, haben sie das Gefühl, irgendwas fehlt. Ja, ja, ja. Also es ist ja... Kann ja nicht sein. Ja, genau. Also wir sind ja auch ein bisschen darauf geeicht, dass man mit Sorge und Furcht rumläuft. Weil man ja dann eingetrichtert bekommt, nur dann nimmt man es ernst. Man nimmt es ja nur ernst, wenn man sich tagelang Kopf drüber macht und wenn man sich da selber zerfleischt die ganze Zeit so. Aber das ist ja nicht so. Ich habe es genauso gemacht. Ich habe bei... Gute Zeit. Ich bin einfach beim ersten Termin mit nichts hochgegangen. Mhm. Nix. Ich habe keine Settel. Ich hatte gar nichts. Und dann habe ich mir auch einen Riesenkopf gemacht, dass ich mir so... Ach du Scheiße, das ist jetzt die große Entzauberung. Jetzt werden sie alle merken, dass ich das kann. Imposter-Syndrom. Ach, scheiße. Und dann... On fire. Zehn Minuten bevor es losgeht, auf einmal nehme ich mir einfach ein Stück Papier und schreibe einfach ein paar Stichpunkte drauf. Ja, okay, das könnte ganz gut sein. Und dann gehe ich einfach hoch und erzähle das den Leuten. Dann höre ich mir die Audioaufnahme an, so ach, das war gut, das war okay. Und dann arbeitet man da mehr. Ähm, aber die Stunde davor war ich im Terrorzustand, ja. Also auch die Tage davor bin ich ganz unangenehm. Ja, weil ich mir war, ach, scheiße, mir fällt nichts ein und ich weiß nicht, was ich sagen soll und so. Aber in the moment ist immer was da, über was du redest. Immer. Ja, und es ist ja dann so, es ist so spannend zu sehen, wie man sich selber überrascht mit auch Themen, wo du so denkst, oh, wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Wäre ich nie drauf gekommen, genau. So, noch nie gedacht, das könnte ein Thema sein für die Bühne. Noch nie gedacht, ich könnte das dann auf der Bühne auch irgendwie lustig machen. Und auf einmal, oh, das sind starke fünf Minuten. Ja, ja, ein bisschen kürzen hier und da, noch ein bisschen arbeiten so und dann wachsen die ja auch wieder. Und das ist so, das ist so mein Ding. Ich glaube, die wirklich starken Bits kommen ja dann immer, wenn du, du selber bist, ja. Und ich glaube, dieses Vorherschreiben, das ist so ein Zensieren, ja, das ist so ein Eineng so. Also ich tippe schon viel, ich schreibe viel auf, aber das sind nur so Gedanken, Überlegungen. Ich grabe eigentlich nach den Sachen, die mich dann wirklich triggern. Mir fällt was auf, aber ich weiß nicht, warum es mir auffällt. Und dann arbeite ich halt daran so, okay, was ist jetzt wirklich die Haltung? Und dann beschäftige ich mich damit. Und irgendwann ist es so weit, dass ich es mal auf der Bühne erwähne. Ja, und vor allem, wenn man es vorher schreibt, es ist nicht nur ein Zensieren, sondern es ist auch ein Beschränken. Weil ich habe dann das Gefühl, mein Hirn ist dann so limitiert auf genau die paar Sätze, die ich geschrieben habe. Mein Hirn kann dann gar nicht weitergucken über den Horizont. Das ist eigentlich nur, ach so. Weil man hat das Set hier so im Kopf. Genau, die vier Wände habe ich mal hochgezogen. Das sind sie. Und das ist ja eigentlich dieses Erforschen. Ich sage immer, es gibt für alles seinen Moment. Es gibt Momente für, ich weiß überhaupt nicht, was ich mache. Ich gehe jetzt einfach mal hoch und machen. Es gibt aber auch die Momente, wo man einfach tight sein muss. Ja. Wo man einfach sein Set abliefern muss. Das gibt es auch. Drei satt. Ja, das ist einfach so. Und deswegen, das macht so Spaß, dass die Herausforderung nie flöten geht. Dass es immer irgendwie neu ist und immer irgendwie spannend bleibt und so. Das ist eigentlich das Ding, was dich dabei lässt. Das ist der Hauptgrund, warum ich es mache. Und ich liebe es, wie du wahrscheinlich gemerkt hast, auch darüber zu reden. Haben wir jetzt fast 90 Minuten gemacht. Meine Güte, ey. Okay, vielen, vielen Dank. Also ich glaube, das ist ein ziemlicher Comedy-Nerd-Talk. Absolut. Aber das ist ja auch, das ist auch okay. Wir haben schon ein paar Menschen, die das auch hören wollen. Weil ich habe früher immer gedacht, der Nerd-Talk, nee, den will niemand hören. Und dann sagen die Leute, doch, das ist eigentlich fast das Geiste. Und ich habe dafür auch wirklich eigentlich einen heiligen Sonntagstermin. Formel 1 habe ich. Ach, bist du Formel 1-Fan? Ja, habe ich jetzt mal. Oh, wow. Gucke ich heute Abend nach. Welches Team? Ich bin nicht so ein Team-Typ. Du guckst ja mal Formel 1. Ja. Wegen Netflix, Drive to Survive. Das hat mich wieder, hat mich wieder reingezogen. Ich habe das mal geguckt und, boah, geil. Ich war so ein Kind, Kind Formel 1. Schuhmacher, die mich an. Ja, ich fand eigentlich immer so die Bösewichte gegen Schumi, die fand ich immer spannend. Ah, so Hill, Villeneuve. Villeneuve oder, war nicht Heckinen auch noch? Ja, aber der war eigentlich zu nett. Der war eigentlich zu nett. Der war so ein Partikus. Genau, der war eigentlich zu nett. Und dann Reikönnen, fand ich... Reikönnen, ja. Beste Wette 2007, als ich vor dem letzten Rennen gesagt habe, er gewinnt die Meisterschaft. War absolut so 1 zu 100 Wette. Aber hat geklappt. Und dann Vettel noch ein bisschen und dann bin ich langsam ausgestiegen. Ja, Vettel. Ich finde cool, dass Vettel einfach so in seinem I-don't-give-a-fuck-Modus ist. Dem ist einfach alles wurscht. Der ist super. Der ist super lustig. Der ist super lustig. Der macht seine Rennen mit alles nachhaltigem Benzin. Ja. Und so. Und ich zeige euch, dass es möglich wäre. Es wäre möglich, ja. Genau. Guckt es euch mal an. Ja. Ich sage nicht, so muss es sein. Ja, ja, total. Und so weiter. Aber eigentlich schon. Eigentlich wissen wir alle, so müsste es sein. Aber ich sage es nicht, weil ihr seid alle so fucking empfindlich, dass man ja um euch rumtänzeln muss, weil ihr sofort alle rumheult. Oh mein Gott. Verbote. Erziehung. Oh Gott, ey. Und du hast dein Off-Day dafür verbraucht. So ist es. Ich habe gestern. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Sehr gerne. Ich wollte mir auch viele Folgen anhören, aber ihr redet alle Spitzerdeutsch. Dann habe ich mir. Schulte Loh und Hellit und Mittermeier. Ach, die habe ich mir noch nicht angehört. Die habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, das waren die einzigen Deutschen bis jetzt. Und dann habe ich mir von YouTube die automatischen Untertitel machen lassen. Ja, gut. Null Sinn. Null Sinn. Ich vergesse, manchmal, wenn ich hochlade, vergesse ich, das zu deaktivieren. Weil es ist eigentlich, gut, es ist eigentlich nochmal ein neuer Podcast in sich. Total. Du kriegst eigentlich zwei Podcasts für einen, wenn du die Untertitel noch anmachst. Ne, das geht gar nicht. Ich habe jetzt richtig Kohldampf, Alter. Ja? Ich habe richtig Hunger. Ja? Ja. Dann gibst du was zu essen. Schönes Schlusswort. Nicht schlecht, ne? Ja, gut. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Ich komme morgen schauen. Ja, freut mich. Und ja, bis hoffentlich bald. Das müssen wir nochmal machen. Sehr gerne. Nächstes Jahr oder so. Ja, unbedingt. Wie lange du es noch machst. Kommt auf an, wie lange du es noch machst. Ja, das ist die spannende Frage. Mal schauen, wer es zuerst nicht mehr macht. Ja, genau. Anytime. Wirklich sehr, sehr gerne. Danke sehr. Danke, Christoph. Danke, Silas. Und bis bald. Adieu. Salut. Adieu. Salut. Ciao. 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 . Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020